Die Natur ist voller ungewöhnlicher Tiere mit erstaunlichen Lebensgeschichten. Doch manche haben es mir besonders angetan. Der rätselhafte Lebenszyklus eines Schmetterhems. Oder die merkwürdige Anatomie des Kaiserpinguins. Einige dieser Geschöpfe wurden lange Zeit missverstanden. Andere haben ihre Geheimnisse erst vor kurzem offenbart. Das sind die Tiere, die sich von der Masse abheben. Wunder der Natur, die mich am meisten faszinieren.